Willkommen zum Präsentationsvideo für das elektrische Lastendreirad Erute Cargo TJ-150. Das Cargo-Dreirad verfügt über 3000 Watt mit einer Reichweite von bis zu 90 Kilometern LED-Scheinwerfer und die Fähigkeit auf Nummernschilder anmelden. Dieses elektrische Lastendreirad ist für Ihre härtesten Aufgaben gerüstet. Ob Sie ein Fahrzeug für die Arbeit in der Gemeinde, auf dem Bauernhof, für Ihre Imkerei, Aktivitäten oder für andere DIY-Projekte benötigen, wird dieses Dreirad geben Ihnen die Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit, die Sie benötigen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, das Erute Cargo TJ-150 bei Ihnen zu Hause auszuprobieren. Buchen Sie eine Vorführung durch unseren Techniker, um sich ein Bild davon zu machen, wie dieses Dreirad Ihre Arbeit effizienter machen wird. Der faltbare Rumpf und die Seitenwände ermöglichen ein einfaches Beladen und Entladen. Dieses Dreirad ist außerdem mit einer Rückfahrkamera ausgestattet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017